Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von BUSSYMNOTE 18 und wie bereits besprochen verbessern wir diesmal dieses miserable Ergebnis und fahren vom Zopp zu den Wressel Lagerhallen und ich würde sagen wir legen einfach mal los Entsperren die Türen und machen diese Route, diese Runde dieses Mal hoffentlich deutlich besser als der Versuch davor So, dann wollen wir... Ähm, das war... Jetzt bin ich verwirrt Was hab ich das denn da wieder... Hä? Oh So macht es natürlich viel mehr Sinn Äh, wie war ein Blinker? Da Ähm... Das an, das aus Das aus Den Motor starten Na, wollen wir mal... Zum Zopp Und die ersten Passenstiere mitnehmen Alte Bucht 6 ist glaube ich hier vorne ne Nächster Halt Zentraler Busbahnhof Ich brauche einen Kaffee Ich denke ich brauche mehrere Fahrkarten Lassen wir sie mal allein steigen Fahren wir rechts rum oder nicht? Kann man ja nicht entscheiden Danke Ich brauche mehrere Fahrkarten Ach, fuck Ja, schonmal gut los Au... Schön Achso, hier, bitte Darf ich noch viel Zeit haben Achso, hier, hier Perfekt Dann kommen wir ja los zum Hafen Nächster Halt Hafen Verwaltung War das denn eng? Ich weiß es nicht Ich kann das Wochenende kaum erwarten Wir fahren einfach doch mal links rum, äh rechts rum Hallo Achso Ich würde abbiegen Sieht ganz gut aus Schön, dass das ein Licht gezählt hat mit dem Blinker Ja Mh Ach Gott, kaum zu erkennen Oh nein, nicht F2 noch Irgendwann rüber Wunderbar Wunderbar Wir können eigentlich schon direkt uns links halten Äh, denn das wird ja unser Ziel sein, auf der linken Seite zu bleiben Oh, sie können gar nicht mehr fern Warum fernen die nicht? Oh nein Sie werden sterben Ich werde jetzt die ganzen Dinger da sehen, die ganzen Schlaglöcher, weil die Sonne nicht scheint Getöteter Ja, jetzt habe ich es gechingst Jetzt kommt der Gleichwohl schon da noch mal raus. Hier muss ich raus. Das wird zweifelig. Also ich weiß jetzt nicht mal genau, wie lange jetzt das Projekt noch läuft, bis es auf Eis gelegt wird. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viele Missionen noch kommen. Ich gehe einfach mal mit dieser Folge mit sieben Missionen aus. Beziehungsweise mit sieben Folgen um den Dreh, also sagen wir mal sieben bis zehn Folgen, bis es dann auf Eis gelegt wird, bis es dann genügend Geld beiseite gelegt werden konnte, dass die Map Expansion Nummer Uno verkauft werden kann. Dann wird das Projekt auch wieder weitergehen oder wird das Projekt wieder fortgesetzt. Und dann nehmen wir ein anderes Projekt. Auch bleiben beide halt Anteile vom Bus-Dimulator, dann gibt es eine andere im Bus-Dimulator. Vielleicht sogar zwei. Je nachdem. Werden wir dann sehen. Warum ist denn Sonntag so gut? Ist Freitag nicht besser? Ich meine, zum Glück ist bald Sonntag, ist ja quasi so nach dem Motto. Hey, zum Glück ist bald Montag. Ich empfinde in nur ich da so. Also was ist denn, denkmal ist hier hier die Schlagflöcher? Vielen Dank. Wir fahren einfach geradeaus weiter. Gesundheit. Oh, Baustelle. In der Stadt hier? Haben wir ja lange nicht mehr. Haben wir schon mal überhaupt hier eine Baustelle? Das kenne ich ja eher nur vom Business Park. Gut. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich wusste jetzt nicht beim Laufen auch gucken, weil sie hier rüber gehen. Ich habe hier geguckt, ob da noch was kommt. Das ist ja cool. Ich muss sagen, dass die KI so intelligent ist. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Nächster Halt. Hafen. Verwaltung. Wir haben mal extra weit vorne gehalten, dass die auch in der Theorie an uns herbeifahren könnten. In der Praxis wird es nicht so weit kommen. Ich bin mal von vorne. Wie brauche ich mal rein? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Mal gucken, wie der jetzt hier hält. Der ist hier perfekt da. Perfekt. Dann warten wir mal, bis wir weiter können. Ja, ich würde sagen, wir verschocken ja gerade so ein bisschen die Straßen. Aber das Gute ist, wir können jetzt weiterfahren. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Also fast. Und dann entstopft sich das hier vielleicht ein bisschen. Nächster Halt. Hafen. 4, 3. Und das Problem ist, dass kommt die Sonne wieder raus. Das ist aber super. Oh Gott, ich sehe nichts. Heilige Scheiße. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ich habe es gejingst. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Mh, nur um den nennen. Ja, ich bin bitte am Strand. Ich bin jetzt am Strand. Oh gut. Ich bin jetzt am Strand. Ich bin jetzt am Strand. Ich bin jetzt am Strand. Oh Gott, jetzt am Strand. Oh Gott, ich bin jetzt am Strand. Also am Flüster auf dem Nordfländischennaus. Vier, Drei. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Einsteigen und zack, zack, zack. Danke, eine Fahrkarte bitte. Hatten wir vergessen, wo... Wo ist sie? Danke. Ah, Satz-Morkex-Zeitlich. Kriegen wir gleich nochmal was richtiges reingedrückt. Okay, holen wir uns was zu essen. Resterhalt, Hafen, Pier 1. Das ist noch an der fucking Vor-von-Straße. Guck, Gummi. Na gut, dann kriegen wir gleich nochmal ein rotes Denk reingedrückt. Das geht schon mal fest. Nächster Halt, Hafen, Pier 1. Ich hab so einen Hunger. Noch alles gut, noch alles gut. Danke, eine Fahrkarte bitte. Einladen drücken. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte bitte. Wache, Sänger, drücken. Bitte schön. Wache, Studenten, drücken. Sehr schön. Nächster Halt, Wessel, Lagerhalt. Ich hab das Gefühl, ich hab immer anstelle von Wessel-Lagerhalt, immer Wessel gesagt. Ich weiß gar nicht. Wegen Wessel, klar. Wegen Hafen und Schiff und Wessel. Nächster Halt, Wessel, Lagerhalt. Sieh dir den ganzen Abfall auf der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Neee. Ich brauche einen Fahrkarten. Raus, nehmen wir rein. Wollen da vorne welche rein? Zwei Stück, oh Gott. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Oh Gott. Schön. Nächster Halt, Hafen. Pier 1. Zum Pier. Dann wollen wir. Klar. Tims Geburtstag gestern Abend. Ei, ei, ei. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ich kann das Wochenende kaum mehr warten. Ich kann das Wochenende kaum mehr warten. Komm, abwiegen. Alle, alle, alle abwiegen. Alle davon abwiegen. Ich muss. Ich habe Zeitdruck. Ich habe Zeitdruck. Ich bin Karjosa телефон. желaney und E لي sind avant-homem. Super steht das Abenteuer hier. Knick. Nächster Halt. Hafen. Pier 1. 12 vor 13 sekunden zu spät bin niemand alle drin so drücken wir gleich nochmal ein rotes ding rein äh der hafen ist halt absolut abfahrt bis dann tschüss ich brauche eine fahrkarte tschüss aber natürlich eine fahrkarte bitte danke nächster halt auch schon so schnell über die kackviecher gut egal eine früge ständertür wird sowieso nicht mehr oder herz ewig nicht mehr werden können nach den ganzen drei zu spät kommen und jetzt der vierte oder dritte ich habe auf kurz zu zählen aber man muss ja nicht übertreiben aber man muss ja nicht übertreiben aber natürlich aber natürlich doch warum vergessen eigentlich alle Leute hier was es kostet ok jetzt ist es mir egal allerdings alles das gerade eben hat einfach nur Zeit gekostet und danke Hundebärchen, dann kommen wir jetzt zum Zopf. Nein, da haben wir hier kommen, kommt nichts zu tun. So, die Plus- und Minuspunkte sind jetzt eher irrelevant, das geht jetzt gerade in diesem Fall nur hauptsächlich darum, dass wir, das ist mittlerweile irrelevant, geht jetzt gerade auch noch darum, dass wir keinen Unfall-ETC bauen, wo wir halt Kohle verlieren würden, wodurch wir Kohle verlieren würden, so. Das ist ja so, dass der Hauptgrund dafür, dass wir nochmal gefahren sind und diese Schrecke explizit, dass wir eigentlich hier irgendeine Schrecke nehmen können. So, Atmung, die nächsten Schlagflöcher. Ja. 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 Rausgel. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe gestern Shampoo gekauft. Was natürlich eine super Sache ist. Wie gesagt, das sind zwar nur die Punkte, die wir dadurch sammeln könnten, aber man muss ja nichts sammeln, was man nicht sammeln muss. Ich habe jetzt so eine aberwitzige... Eine Stone hätten von wegen gesammelt, dass ich fahre eine Ein-Sterne-Tour oder eine Ein-Sterne-Route oder whatever. Wenn wir machen einen Shampoo-Trip, dann wäre das relevant. So gesehen ist er eigentlich nur mal fähig. Das fimmische Endling ist natürlich auch hauptsächlich wegen des Achievements, was es gibt, besonders interessant oder macht es besonders attraktiv, das zu erreichen. Ansonsten ist es eigentlich hauptsächlich attraktiv, dass man halt eine gute Tour fährt. Wollen wir nicht losfahren? Äh... 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 Wir schocken auf alle Fälle gleich in Old Town oder das Old Town Gebiet und den Old Town Bezirk frei. Der wird auch bestimmt wieder gleich rechts abbiegen. Ne, der wird links abbiegen. Ich dachte, das ist jetzt auch so einer der gleiche Specs sind. Ich überlege mir, einen Hund zu schaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich die ganze Art. Wie weit. Ein Hund oder ein Huhn? Gibt's glaub ich kein Tier, was in keiner Burg kaum ein Tier was in keiner Arbeit macht. beinahe noch vom ziel den schlag hat mitgenommen dann halten wir den halte bucht 6 ich weiß nicht ob ich mit dem fahrrad nicht doch schneller wäre sicher? wärst du auch eine minute zu früh da? bis dann bis dann fangen wir bei dem müll ein gibt es noch mehr müll? nö dann können wir ja zurück fahren den trip und die folge wenden da fehlt dir nix da fehlt dir nix da fehlt dir nix 15.000 so soll das sein 3.000 läuft diese woche wohl bemerkt dann ne gut gemacht ich habe auch schon eine neue mission für dich die stadtverwaltung hat kürzlich mit der handelskammer geredet sie möchten dass du strecken entlang der dicht befahrenen umgehungs- und ausfallstraßen der stadt anlegst entlang dieser straßen wollen sie den öffentlichen nahverkehr erheblich verbessern um die geschäfte der örtlichen gewerbebetriebe anzukurbeln solltest du das in den nächsten wochen hinbekommen ist sogar ein bonus drin nutze erdgas busse verfüge bei mindestens zwei fahrern mit level as pro strecke das sind nur zwei strecken so gesehen alle ringhaltestellen ja läuft wir fahren beim loop gut das mit ring ist ja noch simpel die task und dann geht es noch einmal darum was einmal im inneren kreis und einmal im äußeren kreis einmal im äußeren kreis das ist ja schon fast lächerlich da ist ja eher interessant dass man halt hier oh wir haben was neues bekommen jetzt wissen wir alles auf alle darin zu Ich weiß ja, wir haben auch nur einen Bus davon. Ein Buszuweisung. Ja, wir haben nur einen Elektra. Ach, Elektra. Nein, nein, nein. Ein S416. So, einen Urban Way haben wir auch nur. Und wir haben auch nur einen Citaro G. Okay. Wir haben auch nur einen Elektra. Ja, ein 418er. Der hat noch einen ordentlichen Wiederverkaufswert. Und der Rest ist die Taroka. Okay. Wunderbar. Ich glaube, der ist eigentlich angeschaltet. Okay, Ass. Der ist auch schon fast zur Hälfte durch mit Ass. Läuft. Gucken wir einfach mal, was es so bestmöglich wäre. Gut, Level 18 oder 21 brauche ich nur für die. Aber ich glaube, wir haben vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun, als ich dachte. Gut, das sind jetzt zwei Folgen, was das betrifft. Und hier muss dann auch Level 5 gebracht werden. Aber das sind drei Folgen. Also drei Folgen werden das jetzt mit dieser Mission werden. Oder vielleicht auch vier. Je nachdem, wie lange die brauchen, um auf Level 5 zu kommen. Aber vermutlich nicht lange, weil wir zwei Fahrer mindestens nutzen werden dafür. Okay. Gut. Dann hoffe ich euch, dass es diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Wo wir uns dann hier um eben diese Strecke kümmern. Macht es gut. Und was haben wir denn überhaupt hier? Kathedrale falsch halten. Du musst mindestens sechs Ergasbrust besitzen, um die Kathedrale falsch halten zu können. Okay. Hey.